Na hallo alle miteinander. Letzte Woche bin ich nach Dänemark berufen worden. Und habe dort das erste Mal, seitdem ich von dem Flache-Erde-Thema gehört habe, mal wieder die Möglichkeit gehabt, das Meer zu betrachten. Und mit der Kamera, durch die ihr mich gerade seht, konnte ich dann auch mal Schiffe heranzoomen und mal gucken, wie denn so die Wasseroberfläche aussieht und ob die Schiffe da hinterm Horizont verschwinden. Tja, bei flacher Erde geht es ja darum, dass alles komplett flach ist. Ich wollte eigentlich ursprünglich an unserer Talsperre mit einem Laser die Wasseroberfläche messen, ob sie komplett gerade ist. Aber bei der Recherche, ob Lichtstrahlen gerade sind oder nicht, da wirst du ja bläde, wenn du hier anfängst, im Internet das einzugeben. Da wird das alles so hingebogen, wie man es gerade braucht mit irgendwelchen Spezial... Die meisten davon, jedenfalls sind irgendwelche Spezialexperimente, die Otto Normalbürger eh nicht nachmachen kann. Um das zu überprüfen. Also, tja, muss es ja erstmal irgendwie andere Wege geben. Ja, um etwas zu entwickeln, um irgendwas aufzufitzen, also zu entfitzen, besser gesagt, ist es manchmal von Vorteil wie bei einem Labyrinth, wenn man von hinten anfängt. Und das heißt jetzt hier in dem Fall für mich mal bei den Basics, wie das damals alles entstanden ist. Und ich bin bei der Recherche da über den Rolf Keppler gestoßen. Der RolfKeppler.de, das ist der Nachfahrer vom Johannes Keppler, glaube ich. Irgendeiner, der da früher schon die Hände mit im Spiel hatte, wenn es darum ging, wie was zu sehen sei. Und er geht davon aus, dass wir in einer kompletten Hohlkugel drin wohnen. Interessant ist ja, wieso er darauf kommt. Und zwar gibt es da die klassische Erdmessung aus den Jahren 1897 vom U.G. Morrow. So, und der ist dahergegangen und hat komplett gerade Streben an einem Strand, war es glaube ich, gewesen. Hat er das neben der Wasseroberfläche aufgestellt. So, hier sieht es dann im Detail aus. Die Winkel jedes Mal überprüft ganz genau, dass alles rechtwinklig ist. Und da kann man wirklich nichts verarschen mit irgendwie Lichtkrümmung oder sowas. Die Dinger hier krümmen sich nicht. Und nach ein paar Metern, Kilometern hat er dann mitbekommen, dass das Konkav wird. Also Konkav, die andere Seite von Konvex. Ja, aber die Messungen hier drauf, da gibt es ein schönes Video dazu auf YouTube. Ich habe es leider nicht gefunden, sonst hätte ich es euch jetzt mit verlinkt. Ihr findet es wahrscheinlich, wenn ihr da Konkav irrt, auf Englisch ist es. Da kommt am Anfang wieder so eine schöne FBI-Warnung, dass man es nicht kopieren darf und sonst passiert ganz viel Schlimmes und so. Aber es ist ein sehr, sehr interessantes Video, wo diese Messung hier mal im Detail dargestellt worden ist. Also da bin ich jetzt als Mechaniker, vertraue ich der am meisten, dieser Messung. Aber wie gesagt, dabei ist die Konkave-Krümmung rausgekommen und die ist etwas flacher, als wenn wir uns jetzt eine Vollkugelerde vorstellen würden mit einem Durchmesser von 11.000 Kilometern. Also etwas Konkav sozusagen, aber nicht komplett Konkav nach dieser Messung. Tja, die berühmt-berüchtigte Erdkrümmungsseite von Wikipedia kennt ihr ja bestimmt auch noch. Ich bin mal gespannt, wie lange ist sie immer noch online. Jetzt sogar mit einem neuen Satellitenbild von der ISS, wo man Italien sieht. Wow, da tut sich was, aber an den Grunddingern hat sich noch nichts getan. Da steht immer noch, dass man auf, wenn man 5 Kilometer, da über 5 Kilometer irgendwas anguckt, über den Meeresspiegel sozusagen, dass du in der Mitte einen Berg haben müsstest von 1,96 Meter. Ja, das behalten wir mal im Hinterkopf. Ja gut, das hier, finde ich ein sehr interessantes, sehr interessantes Wortspiel. Kann es sein, dass ich einfach ein bisschen blöde bin, denn ich gebe dir schon wieder einen neuen Versuch. Krass, das ist noch eins. Das habe ich doch gar nicht gesehen. Ah, jetzt ist es hinter dem Horizont verschwunden. Okay, nochmal ranzoomen. Also mit bloßem Auge sehe ich hier hinten das Licht. Mal gucken hier her. Krass, krass, krass. Juhu, es klappt. Von wegen Kugelerde. Kugelerde. Von wegen Kugelerde. Juhu, ich NEU so rein. Muito neu. Rundf Newsom fl้ awareness. M 담 UCAS. Das war's. Ja, wo haben wir noch einen Stein? Ach krass, Höhe, okay, soviel dazu. So, das war die Höhe. So, das war die Höhe.